Jetzt haben uns beide, sind jetzt bei uns. Jetzt verlassen sie uns wieder. Wollt ihr nicht mal ins Wasser fliegen? Ui! Hallo! Und wie geht's dir so? Er ist gestern. Durch den Blatt von uns. Er hat Angst vor uns. Ui, da kommen gleich noch die anderen. Achso, ihr wollt alle zu uns. Wir sind Belize, Anja. Alle kommen zu uns. Boah, guck mal, dann machen sie es fest. Wir ziehen euch aber nicht, gell? Ja, jetzt kommt der andere auch. Boah, bindest du uns jetzt auch fest? Anja, du musst das hier ummachen in die Ecke. Egal. Geh, weil sonst klappt es uns ganz. Hey, ganz hinten. In der Mitte. Ja, was haben wir noch? Ja, einfach festgelegt. Hallo, wie heißt du? Ich bin ganz nett, ich mach dich nicht. Ja, du bist echt nett. Sieh, 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 sieh. Sieh, 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 sieh. Sieh, sieh, sieh. Boah, der Arme. Ist das nicht kalt? Ja, du bist cool, ich mag dich. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Nein, du bist warm. Aber, du bist warm. Er melkt voll früh. Nee. Papa, fahr dich jetzt an. Jetzt mögen wir uns nicht mehr an. Tschüss. Wir haben euch nicht. Vielen Dank.